Musik Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Ich begrüße heute im Studio Herrn Dr. Tim Schikora. Herr Schikora, Sie sind der Direktor des Zoos Schwerin und natürlich wollen wir am Ende des Jahres Bilanz ziehen. Das Jahr war nicht ganz so einfach. Es gab nicht nur Wetterkapriolen, die sozusagen Ostern und Pfingsten so ein bisschen schlecht haben dastehen lassen. Es gab auch die Vogelgrippe. Genau, also sind denkbar ungünstig gestartet. Vogelgrippe hatten wir direkt am 01.01. bei uns im Zoo, im positiven Fall. Mit Zooschließung und an den Wetterkapriolen. Also das erste Quartal war nicht der Start, wie wir uns das so vorgestellt hatten. Trotzdem gehen Sie jetzt am Ende des Jahres mit einer positiven Bilanz raus. Während ganz viele Zoos in Deutschland Minus haben, haben Sie ein Plus an Besuchern. Genau, also wir sind sehr, sehr glücklich und auch dankbar für unsere Besucher, dass sie uns da so die Treue gehalten haben. Wir sind jetzt knapp an zwei Prozent über dem Besucherwert, den wir im letzten Jahr hatten. Das ist sehr erfreulich und zeigt uns, dass wir dann mit den Maßnahmen, die wir so treffen, doch durchaus den Geschmack und das Interesse des Besuchers treffen. Ja, vielleicht war da auch sogar, hat die Vogelgrippe geholfen, dass es so ein Solidaritätsprinzip gab, dass die Leute aus Solidarität auch nochmal extra in den Zoo gekommen sind. Das ist denkbar. Das Thema haben wir natürlich auch sehr intensiv und auch ganz klar in der Öffentlichkeit dargestellt, wo das Problem ist, welche Konsequenzen daraus resultieren. Das ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein Werbeeffekt. Man ist einfach präsent und rückt auch wieder in die Erinnerung, so tragisch das auch ist. Ja, auf alle Fälle gab es ja aus 2016 heraus eine gute Vorarbeit dafür, dass 2017 auch wieder ein Erfolg werden konnte. Nashörner seien nur erwähnt, da ist sozusagen alles im grünen Bereich. Bei den Nashörnern verstehen sich Bulle und die Damen? Die verstehen sich ganz hervorragend, muss man sagen. Der Bulle ist ja noch recht jung, der muss ja erstmal lernen, was so seine Aufgabe in diesem neuen Verband ist. Wir sind aber ganz optimistisch und zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren das sich auch weiter positiv verhält. Dass da auch irgendwann Nachwuchs kommt. Das will ich hoffen. Gut. Wunderbar. Nachwuchs ist ein Thema, auch damit konnte er zu dieses Jahr wieder punkten. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass zum Beispiel der Stachelschweiner positiv sich positioniert hat. Definitiv. Also wir haben jetzt sehr viele Jahre lang keinen Nachwuchs gehabt, ich glaube sogar fast 18 Jahre. Mit noch ein bisschen Umstellung und so weiter haben wir gleich zweimal Nachwuchs bekommen, also insgesamt drei junge Stachelschweine. Baumstachler haben wir auch Nachwuchs bekommen, das war das erste Mal bei dieser Art, bei uns im Zoo. Auf dem Bauernhof geht es ja auch fröhlich zur Sache, also wir sind da in der Hinsicht ganz zufrieden. Ja, was heißt das fröhlich zur Sache? Welche Tiere kann man da besonders nennen, die besonders eifrig dabei sind? Also zuverlässig sind natürlich unsere deutschen Sattelschweine, die Sauen Heidi und Hannelore. Die haben auch in diesem Jahr wieder üppig geworfen. 30 Jungtiere hatten wir, glaube ich, bald. Aber auch unsere Thüringer Waldziegen, die haben zum allerersten Mal Nachwuchs bei uns bekommen. Gleich drei Jungtiere an der Zahl. Und im nächsten Jahr hoffen wir dann auch, dass unsere Schafe nachziehen werden. Wenn man jetzt in den Schwergnern zu schaut, da hat sich ganz schön viel was getan, so gerade was Wegebau anbelangt. Da sind Sie ganz schön unterwegs. War das notwendig? Ja, notwendig auf alle Fälle. Uns fehlten aber bislang immer so die Mittel, weil das gerade Maßnahmen sind, die als Einzelprojekt immer schwer durchzusetzen sind. Und auch aus dem eigenen Haushalt raus immer schwierig zu machen, weil dann doch kostetintensiv. Wir haben aber das große Glück, dass wir aus EFRE-Mitteln eine Fördermaßnahme haben, mit der wir unsere Infrastruktur modernisieren können. Eben Wegebau, Stolperfallen beseitigen, rutschige Flächen und so weiter. Alles Maßnahmen, die den Besuchern sehr zugutekommen, gerade jetzt in der Witterung, die wir haben. Aber hier und da auch Tieranlagen noch etwas überarbeiten können. Ja, nur noch mal für die Zuschauer. EFRE, das heißt Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Da profitieren ganz viele Einrichtungen auch davon. Jetzt natürlich auch der Zoo Schwerin. Was den Tierbestand anbelangt, sind sie erstmal so stabil geblieben. Aber es gibt auch Neues zu vermelden. So ab 1. Januar kann man so ein neues Tier bei Ihnen besuchen. Ja, genau. Wir bauen gerade in unserem Südamerika-Haus sehr um, sanieren etwas. Unter anderem auch die Terrarien. Das waren vorher kleinere Einheiten, die wir zusammengeschlossen. Und dort wird dann zum 1. Januar ein Kugelgürteltier, besser zwei Kugeltiere, Kugelgürteltiere einziehen und noch ein paar Vögel mit dazu vergesellschaftet, wird sicherlich ein Hingucker. Ja, das wird sehr interessant, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, ein Kugelgürteltier. Also seien Sie gespannt und gehen Sie im Januar in den Zoo. Dann gibt es für 2018 auch Pläne, auch neue Tiere zu holen. Sie haben ja das große Thema Artenschutz, also bedrohte Tierarten unterzubringen, eher die Standard-Tierarten so ein bisschen wegzulassen, die es sehr viel auch in der freien Wildbahn gibt, eher die bedrohten Tierarten zu. Und da haben Sie mir erzählt, der EMU geht und was Neues kommt. Genau, so ist das. Die EMU-Damen sind mittlerweile schon weitervermittelt an andere Zoos, andere Tierparks. Im Rahmen der vorgenannten Maßnahmen sind wir auch in der Lage, ein Tiergehege neu zu schaffen. Und in dieses wird dann ein Helm-Kasua einziehen, also eine andere Laufvogelart, in etwa der Dimension wie ein EMU, aber in seiner Art bedroht in seinem Lebensraum und auch etwas spektakulärer für den Besucher auch zu betrachten und Näheres über die Art zu erfahren. Ja, aber auch ein bisschen gefährlicher, also das heißt, als Besucher muss man sich zurückhalten. Ja, wird kein begehbares Gehege, auch für den Tierpfleger sollte eine Möglichkeit nicht reingehen. Der Hahn, gerade bei dieser Art, kann doch durchaus aggressiv werden. Achso, dann seien Sie gespannt, liebe Zuschauer, auf den Helm-Kasua, der nächstes Jahr in den Schweriner Zoo einzieht. Was Artenschutz anbelangt, ist ohnehin das große Thema, Sie haben es auch in vorherigen Sendungen immer wieder erzählt. Wie wird das umgesetzt in der Praxis dann? Da ist ja ein internationaler Austausch auch im Gange. Genau, also klar, wir sortieren erstmal unseren Tierbestand durch, gucken, welche Arten sind nach unserer Thematik nicht mehr relevant und schauen nach Alternativen. Und für die meisten Arten gibt es tatsächlich europaweit einen Ansprechpartner, der alle Daten über Tiergeburten, über Nachwuchs, Familienverhältnisse, sagen wir das mal so, Buch führt und uns dann Empfehlungen geben kann, welcher Zoo Nachwuchs hatte und wo die Tiere vermittelt werden müssen. Großes Thema ist natürlich auch immer die Finanzierung des Zoos. Da sind sie sozusagen, wenn man so will, an Grenzen gestoßen, 2017. Das heißt, auch die Stadt kann sich darauf einstellen, dass man einen Zuschuss vielleicht erhöhen muss, weil da über Jahre ja auch keine Dynamisierung stattgefunden hat. Das heißt, Dynamisierung, keine Dynamisierung heißt, die Zuschüsse waren immer auf einem Level und natürlich sind die Kosten gestiegen. Genau, also wir sind seit zehn Jahren mit demselben Zuschuss ausgekommen oder mussten mit dem Zuschuss auskommen. Gleichzeitig verlieren wir im Grunde jedes Jahr 30.000, 40.000 Euro allein an Steigerung der Betriebskosten. Das ist Geld, was wir an anderer Stelle einsparen müssen, sei es in der Pflege, der Parkanlagen, im Materialeinsatz und so weiter. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, da geht es nicht mehr. Das ist dann wirklich Sparen an der falschen Stelle, weil wir dann im Nachhinein vollständig ersetzen müssen, dann neu bauen müssen. Und das hat dieses Jahr eben gezeigt, wenn da noch so etwas wie eine Tierseuche mit reinkommt, kommen wir ganz böse ins Schwanken. Und ja, das Fortführen des Zoos ist an dem Punkt dann tatsächlich schwierig. Ganz wichtig sind auch die Marketingmaßnahmen natürlich, um mehr Besucher zu bekommen. Da konnten Sie auch schon 2016 zulegen, neue Internetseite natürlich, die wurde 2017 natürlich auch wieder erweitert. Aber auch was Veranstaltungen anbelangt, worauf legen Sie da besonders Wert? Also wir haben angefangen vor zwei Jahren schon, unsere Veranstaltung etwas auszudünnen. Dass man wirklich Veranstaltungen hat, die für sich alleine auch stehen und erkennbar sind und sich unterscheiden von den anderen. Und es soll natürlich etwas Modernes, Attraktives und Spannendes sein. Von daher haben wir unsere Klassiker, Saisonstart an Ostern, Sommerfest und Dunkelmunkelparty ergänzen, aber mit verschiedenen, beispielsweise jetzt auch mit einem Spendenlauf, den wir im April durchführen wollen, der im Wesentlichen an Firmen gerichtet ist und der Erlös dann an den Zoo geht. Ja, das haben wir nochmal hier, liebe Zuschauer. Also können Sie gleich sich anmelden bzw. einen Flyer anfordern, der Spendenlauf für Firmen durch den Schweriner Zoo. Da können Sie Ihre Mitarbeiter natürlich auf die Spur schicken, nicht nur laufen, sondern auch Tiere schauen dabei. Also ganz interessant. Solche Werbemaßnahmen, das ist wichtig. Wie sieht es aus mit den Partnern aus der Wirtschaft? Ja, da gibt es immer noch Steigerungsmöglichkeiten. Also wir haben schon einige Partner dabei, die dann im Rahmen von Tierpatenschaften oder symbolischen Grundstückskäufen uns unterstützen oder auch im Rahmen von Sponsoring. Aber da sind wir natürlich offen für alle möglichen individuellen Ideen und freuen uns gerne über Kontaktaufnahme und stimmen dann was Individuelles ab. Das ist sehr schön. Auch wir haben uns zum Abschluss unseres kleinen Interviews, zum Abschluss unseres kleinen Rückblicks und der kleinen Vorschau nochmal was überlegt. Wir wollen nämlich 10 mal 2 Freikarten verlosen für den Zoo, dass man zwischen Weihnachten, Neujahr oder Anfang des neuen Jahres in den Zoo kommen kann. Haben Sie denn eine Frage für uns, die die Zuschauer beantworten müssen? Ja, vielleicht wo denn das Tier, was demnächst einziehen wird im Frühjahr, der Laufvogel, der vorgenannte, wo denn verbreitet ist? Ja, also liebe Zuschauer, eine sehr schwierige Frage, die könnte ich auch nicht ad hoc beantworten. Und zwar der Helm-Kasuar. Wo ist der Helm-Kasuar verbreitet? Und wenn Sie mit teilnehmen wollen, dann schreiben Sie einfach an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Oder wer keine E-Mail hat, der kann uns auch anrufen. Auch Telefonnummer blenden wir mit ein. Also Herr Schikora, vielen Dank für dieses Interview und viel Erfolg für 2018. Liebe Zuschauer, das Gleiche für Sie. Schöne Weihnachtszeit noch und natürlich guten Rutsch von dieser Stelle zum wiederholten Mal. dos mal geht es weiter. Musik 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 Vielen Dank.